Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich fand's perfekt. Es läuft! Soll ich dir sagen, wenn du sagst, das war gut, dann war es gut. Geister! Ja, wir machen's so wie ihr. Ja, wir bleiben unter uns. Sag mir, wo ist hier der Unterschied? Ich bleib bei meinen Jungs. Jetzt mal ehrlich unter uns. Jetzt mal ehrlich unter uns. Überleben wird zu Kunst. Ja, wir machen's so wie ihr. Herzlich willkommen bei HipHopDay. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Shootingstar der letzten Wochen, der mit seinem Video alles rasiert hat, richtig durch die Decke gegangen ist. Amir, wie geht's dir? Gut, Mann, und selbst? Mir geht's auch gut, aber gerade bei dir überrascht es mich nicht, dass es dir gut geht. Wie gesagt, dein Video hat dich über Nacht zum Star gemacht, würde ich so sagen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, jetzt kennt dich ganz Deutschland. Hast du das denn erwartet? Letzten Endes stand alles in den Sternen und irgendwie hat's funktioniert. Wieso, weshalb, warum auch immer, keine Ahnung. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren zu TV-Straßensound. Mein Name ist Davut, heute mit Amir. Was geht, Bro, alles klar? Ja, Mann, bei dir. Du musst, alles bestens, yo. Ja, schön, ja. Läuft bei dir. Über Nacht, Millionen von Klicks. Zum Glück kann ich jetzt nur über die Straße laufen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Was ist das für ein Gefühl, Alter? Killergefühl, was soll ich hier sagen? Ich hätte nicht damit gerechnet, Mann. Ihr Lieben, das Machlautin ist heute zu Besuch bei einem ganz besonderen Rapper. Ich darf heute nämlich mit Amir quatschen. Amir, hast du denn irgendwelche Ängste, die dich vielleicht auch begleiten? Mann, ich bin Amir, Mann. Ich bin von keinem alles, Mann. Ist das vielleicht so, weil der Kalei-Klan hinter dir steht? Ja, ich bin mit dem Kalei-Klan gut. Yasin ist mein Bruder. Wer mit mir ein Problem hat, hat automatisch mit meinem Bruder auch ein Problem, oder? Können wir loslegen? Yalla, wir sind bereit. Hey, willst du wirklich mit ins Bild? Yalla. Kamera läuft. Ey, Ua. Dimitri. Du Hundesohn. Eigentlich bist du meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht wert, Mann. Aber du bist zu weit gegangen, hä? Deine Leute wollten mir Angst einjagen, ja? Ja, zipp rummuck, Mann. Nein, Mann, nein, Mann. Dein Versuch, dich wie eine ertrinkende Ratte, dich an mir hochzuziehen, war erbärmlich. Ist erbärmlich, du Bastard, hä? Guck mich an, Mann. Ich bin zu stark für dich, Mann. Wir alle hier sind zu stark für dich, hä? Meine Fans, hä? Sind mein Rücken, meine Kraft. Und du, du dreckiger kleiner Versager, hast nichts. Seh du, hä? Wenn ich dich erwische, Mann. Ich schwör's nicht, ich sag dir das. Pass auf dich auf. Yakel! Hm. Oh, mal sehen, wer hier der Babu ist. Oh, mal sehen, wer hier der Babu ist. Das Gleiche passiert mit dir, wenn du weiter so blöd klotzt. Endlich Schokowochenende. Nachspannende Woche gehabt? Außer Radio. Hören war nix Spannendes dabei. Und wann hast du deinen Termin da für die Nachuntersuchung von deinem Mutter, Mann? Jetzt bald, jetzt bald. Ja, dann mach das, Mann. So was ist nicht zu spaßen. Ich nehm's eins. Deine Mutter mal am Arsch, oder was? Ach, bitte. Danke. Und denkst du bitte dran, dass wir am Wochenende auf jeden Fall einkaufen und dass wir Gäste haben, die auch Kinder dabei haben, wäre es echt wichtig, wenn du endlich mal das Balkon gelönern abariert hast. Alles klar. Was denn eigentlich Pörsel? Pörsel. Ach, Pörsel. Der Hund. Ja, klar. Der hatte keine Windel an. Wie, der hatte keine Windel mehr an? Hast du ihm denn eine angezogen? Nee. Wie, nee? Na, nee. Ist ja sogar egal, psychosomatisch bei ihm. Dem geht's prinzipiell nicht richtig gut hier. Der wär woanders glücklicher. Irgendwo hoch angeklärt. Boah, du törnst mich so ab. Ist das unser Kind? Welches Kind soll es denn sonst sein? Theoretisch könnte es sein, dass es ein Kind ist, das in der Stimmlage unserem Kind unwahrscheinlich nahe kommt. Ein Kind aus der Nachbarschaft. Du hast das Fenster offen gelassen. Und mit deinem Muttergehen ist quasi jedes Kind für dich auch ein bisschen dein Kind. Ich weiß überhaupt nicht, was ich auf sowas sagen soll. Gehst du mal bitte? Ich mache Kinder, aber ich wickel sie nicht. Ich hab's hier nur noch mit Kleinkindern zu tun, oder? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich raste gleich aus, echt ehrlich. So lieb ich meine Kathrin. Pflichtbewusst und mütterlich bis zum bitteren Ende. Grüß ihn von mir. Ich bin hungrig. Die Immobilien in der Ramke-Straße sind alle sicher, habe ich. Aber deshalb wolltest du mir nicht sprechen, oder? Jessin, Esma, als wir nach Deutschland gekommen waren, alle waren gut und sehr nett zu uns. Jetzt vieles verändert, ja. Wir leben unser Leben und alle machen ihr Leben. Wir sind für uns. Geschäfte laufen gut. Wir sind ruhig. Und so muss es bleiben. Für ihn? Sahi. Deine Geschäfte laufen gut, Abi. Unsere Geschäfte hier sind. Ich versteh nix, warum machst du Risiko? Schuh? Du geh auf Strasse? Sprichst mit dem Journalist? Machst Ärger mit Russ? Du machst Risiko für unsere Familie, Jachmann! Halt, ne? Seit wann geh ich wieder zur Familie? Ich dachte, ich bin nur noch Angestellter. Ja. Ja. Ja, Jessin. Du machst meine Geschäfte nicht kaputt. Wallah! Andakar, Abi. Deine Geschäfte, die du aufgebaut hast. Ich will nicht nur deine Geschäfte führen, Abi. Ich will größer werden. Ja? Groß. Best Allahul Akbar! Bleib du, wo du bist. Ganz ruhig, Habibi. Ja. Da war ich die letzten Jahre, Abi. Und es hat keinen hier, niemanden interessiert, was ich gemacht habe. Mir waren die Hände gebunden. Was willst du machen? Wir müssen die Geschäfte den Umständen anpassen. Du hast von der Razzia gehört. Das war ein Warnsignal. Ruhig bleiben, ja. Aber mit dem, was du tust. Nicht ich. Deine Geschäfte. Ich nutze die Medien und nutze sie als Schutz. Wer in der Öffentlichkeit steht, hat nichts zu befürchten, Abi. Du kennst mit Musik aus? Sagen wir so. Ich habe mir ein professionelles Umfeld geschaffen. Mit? Mit Rass im Sohn? Dieser Junge mit Drogen? La. Jo. Ich habe einen professionellen Musikmanager, der sich um einen erfolgreichen Rapper kümmert. Und das macht er 24 Stunden lang. Und durch das Musikbusiness erreichen wir mehr, Abi. Viel mehr. Ja. Und die Russen? Du machst Ärger mit Roxana? Mit Roxana? Du willst hier? Ja. Ihr Gebiet. Ey. Wir schaffen einen größeren Absatzmarkt. Für deine Geschäfte, Abi. Durch meine Strategie. Laie es ihm. Halas. Hab ich dich das Studium geschickt, damit du Frieden kaputt machst? Du machst uns Geld? Was ist kaputt? Jahmar! Borns? Manager. Du kommst zu mir. Ey, wie ist du dir? Es wird sich was ändern. Und wann? Sofort. Und was, was wichtig ist? Nee, nur der Job. Ich wusste gar nicht, dass ihr Banker wirklich arbeitet. Ich habe jemanden kennengelernt. Eine Frau? Sie heißt Tessa und ich, ich weiß nicht mehr, was los ist. Krass. Ja, ich liebe Katrin und ich liebe meine Kinder. Aber diese Tessa, die ist das Feuer. Ja. Sie ist... Boah. Äh. Du, ich kenn die. Wie? Was? Du kennst sie? Ja, ich habe ihr Bild bei Silke in den Ermittlungsakten gesehen. Die hat sie zwar gleich weggeräumt, aber ich könnte schwören, dass die das ist. Wie war's? Wie war's? Deine, äh, äh, Silke? Ermittelt gegen sie. Äh. Ja, du... Keine Ahnung. Ich meine... Ich will ja einfach nur nicht, dass du dir die Finger verbrennst, ja? Hey, Alter, du kannst machen, was du willst. Was du willst. Ich stehe hinter dir. Jede Zeit. Ich stehe hinter dir. Jede Zeit. Und ich werde natürlich auch meine Frau sein. Krass. Nice. Wow. Ey, ist das ein echtes Trennhäuser, Mike, oder was? Ja. Der Scheiß ist doch voll teuer, ne? Ja. Krass. Was geht mit dem Mischpult hier? Äh, nee, nee, nee. Das kostet nicht um zehn Riesen, oder? Und deswegen Finger weg, dass es alles so eingestellt, wie es sein soll, ja? Beruhig dich mal, Alter. Ich habe auch produziert, mein Mann. Mit einem Homie, weißt du? Ich meine ehemaligen, aber trotzdem, ich habe produziert, Mann. Zuhause, in der Garage, ist mir egal. Ich habe die Beats nochmal ein bisschen geändert. Ich habe das noch einmal ein bisschen fetter gemacht. Ist richtig geil. Pass auf, pass auf. Ja. Zieh es da rein. Dein Ernst? Alter, mega. Was ist daran mega, Mann? Das ist doch voll abgedrehte Scheiße, weißt du, was ich meine? So voll cheesy. Ich habe gedacht, ein bisschen härterer Stuff oder sowas, Mann. Das bin doch nicht ich, Mann. Pass auf. Das ist vom Label so abgesegnet, der Track bleibt so. Ich kann, wenn es dir nicht ganz taugt, okay? Ja, ich kann an den Flächen noch ein bisschen rumschrauben. Das ist okay. Aber ist doch geil. Ich weiß gar nicht, was was. Digga, du weißt doch selber, dass die Scheißflächen nicht das Problem hier sind, oder? Das Problem ist, dass du nicht vor dem Mikro stehst. Okay? Lass mich einfach meinen Job machen, mach du deinen. Sei es gut. Geh rüber. Style das Ding ein. Das wird gut. Glaub mir. Wird gut. Okay, Digga. Also. Geht los. Ja, 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 ja. Aha. 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 Let's go. Let's go. Seitdem ich ein Kind bin auf Streifzug. Glaub mir, ich kenne meinen Feind gut. Diese Scheißwut, denn ich koch mein Blut. Ah, 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 ah. Vergesse den Vortag, halt mir kein Vortag. Ja, nee, 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 komm. Sei es gut. Start nochmal von vorne bitte. Scheiße. Start nochmal ab. Okay. Und läuft. Bounce. Seitdem ich ein Kind bin auf Streifzug. Glaub mir, ich kenne meinen Feind gut. Diese Scheißwut, ständig kocht mein Blut. Temperatur steigt nach oben und bringt mich zur Weißglut. Ah. Vergesse den Vortag. Halt mir kein Vortag. Ja, du warst die Kappa, fall nie mehr drauf rein, denn ich weiß, was du vorhast. Ah. Nee, Mann, Mann, bitte. Sorry, aber, ey, ich spür's einfach nicht. Bitte, kannst du dich bitte einmal konzentrieren. Das geht's noch nicht, Mann. Dicke, was ist dein scheiß Problem, Alter? Was soll ich dir sagen? Ich komm auf den Beat einfach nichts klar. Alter, ich hab heute noch ne Session. Hast du ne Ahnung, was das hier kostet? Du verschwendest voll meine Zeit, ey. Pfff. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir sind hier einfach ein Profi-Studio und, ähm, also, bitte, gib dir einfach Mühe, Digga. Alter. Wie redest du die ganze Zeit mit mir überhaupt, Mann? Was, Mann? Wenn du ein Problem mit mir hast, dann beschwer dich beim Label, nicht bei mir. Ja? Ich mach meinen Job und du machst ab jetzt bitte auch deinen Job und zwar konzentriert. Ja? Also, nochmal von vorn, bitte. Du wolltest mit mir reden? Setz dich. Willst du was trinken? Nichts. Nee, danke. Ich hab nachgedacht. Es hat mit uns bisher nicht gut geklappt. Ich finde, es muss nicht sein. Wir sind beide Geschäftsmänner. Lass uns unser Wissen vereinen. Und was willst du? Ich will eine engere Zusammenarbeit. Enge heißt, bessere Austausch. Und du wirst gut dafür bezahlt. Drogengeld auf meinem Konto, oder? Erledige deine Managerarbeiten von hier aus. Ich habe, wie du weißt, einen Job. Und den kannst du auch behalten. Ich will nur, dass du dich ab und an hier blicken lässt. Und in der Nähe bist, wenn ich was brauche. Du willst, dass ich hier im Club ein Büro habe? Was geht hier? Was soll da von mir? Braucht er mich als Schild oder als Alibi? Ich hätte seinen Schutz. Auch vor den Russen. Ich lerne das Business kennen. Ich kenne die Schwächen deiner Feinde und du... Deal. Aber ich such mir den Platz aus, nicht wahr? Das ist mir schon wichtig. Allerdings, zeig ihm seine Räume. Kürzlich. Also, Aladin, ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt duzen können, nicht wahr? Ich meine, wir sehen uns hier jeden Tag im Club. Gut, das war bis jetzt nicht immer so erfreulich, nicht wahr? Aber nicht dich. Die Situation an sich. Also, über so viel Gewalt, Testosterone... Klar, verstehe ich. Du sprichst jetzt nicht so viel, ne? Aladin. Ist das eigentlich dein richtiger Name? Ich meine, du siehst ja eher aus wie hier, hier. Genie von Aladin hier. Bud Spencer. Kennst du das, oder? Nee, du, war ein Scherz. Ich sehe das ja alles so als eine Art Neuanfang zwischen uns. Nein, die Sachen mit dem Finger und sowas. Das heilt ja auch wieder. Du machst eine Salbe drauf und so. Ich wollte auch mal Türsteher werden. Also, ich meine, von den Muskeln her, du trainierst schon viel, ne? Ja, das ist ja schon nett. Nett hier. Also, ich bin nett wegen dem kleinen Bruder von Nett. Also, wegen... Ja, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Hier. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht hier. Das ist hier... Der Kasten ist ein Sicherungskasten, ne? Das ist für die Elektrik vom ganzen Club. Ja, der Notaus, der Hauptschalter, ja? Ja, wenn du den abdrehst, dann ist die Cola warm. Nee, nee, du... Also, warte mal. Ich zeig dir mal was. Ähm... So. Wegen dem Elektrosmog. Es gibt elektromagnetische Wellen, Strahlen, und da gibt's die Niederfrequente und die magnetische, und die sind sehr gefährlich wegen Krebs und sowas. Mal kurz, wenn ich... Was passiert, wenn ich an den Kasten direkt rangehe? Was denkst du? Scheiß die Wand an, dann fängt's an zu klackern. Du, guck mal. Wir sind bei eins. Eins heißt, die Skala ist vorbei. Das ist wie ein Lineal, was nicht weitergeht. Das ist... Nee, ich... Du, ich glaub das nicht. Guck mal, wenn du hier zurückgehst... Guck mal, jetzt bist du bei 300. Das ist schon unter der TCO-Norm. Die war bei 400, ne? Das ist exponentielle Abnahme. Das wär okay, ne? Also, das weißt du, hat's bei Röhren, Monitoren, als es noch kein LCD gab und sowas, ne? Äh... Hattet ihr solche Normen im Morgenland, oder? Was Innovationen betrifft, das ist ja auch eher so gestern dann. Wär kein Problem. Hey, wirklich kein Problem. Ich muss hier nochmal ganz kurz... Das geht nicht. 600. Das ist der Schreibtisch. Das geht nicht so. Meine Onkel. Auch an Hosekrebs gestorben. Ja, so geht's. So geht's. So geht's. Dieser dreckige kleine Bastard, Mann. Entspann dich, Alter. Halt die Fresse, Mann. Mach dich doch nicht von dem Ärgern, Alter. Der kann doch nichts. Soll man nicht so auf Welle machen? Ja. Ey, Masha. Du weißt doch, wo die ganzen Russen nochmal abhängen. Wenn du denen aufs Maul hauen willst. Wollt ihr mich verraschen? Das ist doch genau das, was der Bastard haben will, Mann. Dieser dreckige Hurensohn. Kann man nicht einfach seine Musik machen, ohne dass dir so ein Bastard auf den Sack geht, oder was? Hä? Was will der von mir? Ist doch voller Kindergartenscheiß. Hä? Ist der verliebt in mich, oder was? Ich weiß, du wollt ihr abhängen. Ich helfe dir, Alter. Vertrau mir. Hast du morgen Zeit? Und dann kam der Bär und sagte zum Eichhörnchen, dann kannst du beruhigt schlafen. Und das Eichhörnchen machte, boah, ich bin so müde. Danke, lieber Bär, dann schlaf ich jetzt. Und beide schliefen friedlich ein. Und weißt du, dann musste das Eichhörnchen auch gar keine Angst mehr vor dem Fuchs haben. Weil der Fuchs hatte nämlich Angst vor dem Bär. Und die haben das gemacht, weil sich der Bär und das Eichhörnchen total lieb haben. So wie ich dich lieb hab, mein Schätzchen. Papa auch? Ja, der Papa auch. Ja, die Lichter mache ich gleich auch noch aus, Schätzchen. Und weißt du, was der Fuchs... Papa. Ja, mein Schütz. Schlaf schön. Du bist doch gar nicht müde, was? Schlaf schön. Und der Nase liegt. Und der Nase liegt. Warum hat der Hund, warum hat der Hund so eine große, große Nase? Nein! Nein. Warum hat der Hund? Warum hat der Hund... Nein! Nein, 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 warum hat der Hund? Warum hat der Hund? Warum hat der die? Nur in der Nase. Ja, nur in der Nase, ne? Auch in der Nase. Ich muss noch mal weg. Tschüss, mein Engelchen. Okay, tschau. Willst du Filme machen? Ja, ich muss noch mal weg. Immer noch mal weg. Unterscheidung. Noch mal weg. Hey, du hast ja einen Hund. Der ist ja süß, ich wusste ja gar nicht, dass du einen Hund hast. Der ist ja wie der kleine Weiße aus der Werbung. Das ist Jacote. Jacote. Wo wollen wir hingehen zum Essen? Zum Italiener? Wollen wir nicht bei mir was essen? Ja, aber ich bin Gourmet. Nein, 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 nein. Komm rein. Kann der auch laufen oder trägst du ihn? Ja, ihr süß. Wo läuft der hin? Ah, egal. Ah, du lebst dich nicht schlecht als Managerin. Na man, das Klavier. Spielst du? Ehrlich? Ja? Nein. Das war ein Geschenk von meinem Vater. Ja, er wollte halt immer, dass ich es lerne, aber vieles halt so ist. Darf ich? Darf ich? Ja, klar. Ist gar nicht schlecht. Ganz schön, ähm, ähm, depresiv. Ah. Hunger? Das Essen wird galt. Das Essen wird galt. Ist du scharf? Nee, schön scharf. Ich könnte mal noch nachwürzen. Kannst du noch ein bisschen Pfiffer? Ich komme hier immer rauf. Ja. 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 Nee, ich mag Gewürze. Ganz toll. Hey. Ich finde es echt schön, dass du hier bist. Ich meinte, wir haben uns erst zweimal gesehen. Hast du schon so ein Vertrauen? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich will es mal kurz sagen. Ich habe gehört, die Polizei hat ein Huch auf dich geworfen. Aber woher ich das weiß nicht, darf ich alles nicht sagen. Stopp das mal schon. Wie süß, du machst ja Sorgen um mich. Das ist deine Reaktion, wenn ich von der Polizei spreche? Ich weiß das. Das ist schon lange so. Erst vor kurzem gab es wieder eine Razzia bei Yassin. Wie echt ist? Ich kann damit leben. Mit der Gefahr. Weißt du, so ist das halt, wenn man gerne mit dem Feuer spielt. Man kann sich auch verbrennen. Wenn du sinken musst, kannst du nach rechts. Ja, ne, also ich werde bestimmt jetzt nicht sinken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also Wasserbetten, äh, im Prinzip auch nur normale Betten. Also nur, was sich später entwickelt wurde, als das klassische Holzbett. Also das Holzbett ist ja ganz klassisch aus Holzbalken gemacht worden. Und, äh, erst Stück für Stück hat man dann die Holzbalken so in Leisten. Also, äh, zum Beispiel mal kleine. Ähm, aber... Also, äh, Stahlbetten sind ja, also eher... Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich muss die Socken... Die Socken sind ja, ähm... Strümpfe sind eher unsexy. Im Allgemeinen. Was? 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 Obwohl, ich gebe natürlich auch Fußfetisch. Fußfesseln, Fußmassage, Fußbankfußball. Ach, ich bin nur... Hier. Der Hund? Mach das einfach erinnern. Der will überall dabei sein. Okay. Unruhieren einfach. Ja. Entspannen dich. Ja klar. Jetzt kein Problem. Ich nur rieren. Ich nur rieren den Hund. Ich nur rieren den Hund. Ich schläge auch hier den Hücken. Ich kann so nicht. Ich kann so nicht. Was? Ist es wegen deiner Frau? Nein. Es ist wegen dem Hund. Der Hund glotzt die ganze Zeit. Da hab ich ein Problem mit. Das ist so ein Thema, was ich... Also Hunde, die mich anglotzen, das ist so eine lange Geschichte. Herr Godley, mach einen Abgang. Und du? Fick mich endlich. Das ist so eine gute Frage. Du bist der Hund. Das ist ganz ruhig. Du bist der Hund. Als gedacht. Okay, dann bitte keine Details. Scheiße. Okay. . . . . . . Fuck! Franz, Yassin kommt! Du musst hier raus! Oh mein Gott, du musst sofort hier raus! Der ist in wenigen Minuten hier! Yassin kommt! Franz, du musst raus hier! Du lässt hier weg! Franz, schnell jetzt! Es war wirklich wunderschön mit dir! Aber bitte geh jetzt! Hau ab! Ja, ich zieh mir nur und stell was über! Er ist da! Okay, wir können jetzt nicht mehr zur Tür raus. Er muss aus dem Fenster! Franz, er ist da! Spring aus dem Fenster! Los jetzt! Shit! Hi! Na, alles gut? Mach auf! Ja! Ja! Ich bin eigentlich gerade noch im Badezimmer, weißt du! Ich mach dir sofort auf! Ich hab im Moment auch so Probleme mit diesem Türöffner! Ich, ähm, warte mal einen Moment! Ja, ich mach dir sofort auf! Fuck! Okay! Deine Sachen liegen draußen und jetzt verschwinde! Hey! Warte, geht's jetzt? Ich komm hoch! Okay! Okay! Fuck! 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 Hallo, Yasin! Es hat gedauert! Es hat gedauert! Gerade aufgestanden? Dad! Sp blown! Ich kann das blinde! Ich kann das blinde! Ich kann das blinden! Oh! exciting! Musik UNTERTITELUNG Warte. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Was machen wir hier? Ja, warte. Da kommt Dimitri. Kommt über hierher. Ich weiss. Geduld. Warte, warte. Da kommt jemand. Das ist Dimitri. Dieses Loch. Nicht so wahnsinnig. Komm, du musst ein Stück trinken. Lass uns trinken. Nein, diese Socken getrogen. Wir machen deine Hose nicht schnitzig, okay? Ich verspreche. Ja, das ist gut. Wir haben eine Gurke für die Moseg am Möbel, ja? Alter, was ist das? Was für Schande. Schande. Dillard! Dillard, guck! Scheiße. Dillard, guck! Ey! Stehenbleiben! Was ist denn? Jetzt bin ich mit deinem Frauen. Nee. Da! Ey! Ey, Dillard, Dillard! Dafür gibt es keine Entschuldigung. Aber wenn Sie Krieg wollen, dann bekommen Sie Krieg. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Absolut kostenlos. Kostet euch nix. Bis zum nächsten Mal. Absolut kostenlos.